wenn du auch ein kobalthammer willst ja vielleicht ist eine pickaxe besser möchtest du eine kobalt pickaxe lieber wie macht man denn noch mal eine pickaxe einfach nur ein stiel das weiß ich gerade rei wieso kobalt pickaxe machen wir einfach mannölium mannölium ist gut für für waffen aber nicht für werkzeuge was machst du denn noch was denkst du denn was ich hier mache ich dich mit zombie pigments anlegen ich habe wieder kobalt gefunden möchtest du also eine kobalt spitzhacke haben ja dann hole ich dir noch ein bisschen kobalt ich glaube ich treff dich aber ich habe obiland gefunden ja was weiß obiland sollte mal wegschießen glaubst du jetzt ein aggro ein bisschen der tut dir weh wir hatten doch frieden geschlossen letzten take bomb mach wir nicht nein ich bin schon wieder fast gestorben fuck auch zu brennen multi jetzt ist ein gast du wie läuft doch die ganze zeit in meinen schuss rein komm schon irgendwo ich brauche nur kobalt mehr nicht was ist das nicht nicht lied das die mal mit ihren waffen das ist doch gewalt das kann ich doch meinen zuschauern nicht zumuten doch nein spaß kann ich osmium gold ich finde so viel arbeit ist doch gut ist doch es da geht es runter wir müssen auch mit advanced genetics arbeiten und uns gene rein prügeln und das eigentlich viel was sicher gene du kannst hat die effekte von den viechern kriegen fledermaus gehen du kannst fliegen kriegst kein fall damage oder es gibt es noch du kannst diese feuerbälle spucken von den ghasts oder halt feuerresistenz und das hast du dann halt die ganze zeit in dir drin es sei denn du stirbst wenn du schlau bist machst du vor ein backup in dem du dein blut ab abfarmst ja ich habe ich alles von dem lieben wie würde ich schon sagen von den nils gelernt von dem guten alten bullen ich glaube da muss ich gleich nach das brauche ich doch nicht so wie viel kobalt habe ich denn jetzt oder reicht das für eine spitzhacke jetzt kann mal einer gucken was man für eine spitzhacke braucht und wie viele ressourcen diese teile brauchen vielleicht habe ich ja schon genug eine spitzhacke braucht doch nicht mehr als papier ding ich komme auch gleich in der hoffnung dass ich gleich genug kobalt habe zwischendurch finde ich hier immer noch ein bisschen was ich bin jetzt zu hause aber wahrscheinlich ist da äh pigmen 4 4 brauchte ich noch und dann habe ich also 4 muss ich abziehen sprich 6 habe ich reichen 6 hier ist noch mehr das muss ja jetzt genug sein gleich also wer das jetzt immer noch nicht reicht dann weiß ich auch nicht möchtest du lieber einen 1 1 wie nennt sich das ein modifier mehr haben oder rf draufpacken weil eventuell ist das in der version hier auch auch noch so mit dem mit dem nerf sag mal wo kann ich das andere mk die jetzt hinpacken das musste direkt an den energy kohle ja dann bleibt mir leider keine andere möglichkeit als so jetzt noch mal wenn man der kohle rein tut hat man nämlich irgendwas bekommen keine ahne du kannst da dieses zeugs ja ja also wir könnten klub gründen und für einen klub weil ich habe gerade mit einer bar mit einer explosive auch meine tür aufgemacht jetzt sind meine ganzen kisten schrott und mein haus dann die gilde der türaufschießer ob und jetzt habe ich ganz so im kino und ich habe dann pulver bekommen das ist ja schön so aus kohle habe ich jetzt ganz gut bekommen und es wurde ja auch vorgeschlagen wir sollen mal ein transmutation tablet machen könnte man tatsächlich mal in erwägung ziehen und dann würde ich mal gerne wissen wie das mit dem antimatter relay mk1 funktioniert schon gebaut wie sieht das aus das interface man hat halt so sechs ein bisschen wo hier guckst du an vielleicht musst du da antimatter reinlegen dann wollen also dark matter also was kommt jetzt aus was machen wir gerade glowstone dann kann ich ja mal im panera rex da reinschmeißen ist zwar nicht die welt aber aus gun pulver wird glowstone das ist einfach mal durchlaufen und ich will mal in 12 einmal lava für den tank wieder etwas und ein dark matter ich glaube ich weiß wie ich das bekomme das mit dem energy collector mk2 ok also ich bräuchte einen vollen physiologen stone genau kann man den aufladen ja das ja das müsste eigentlich gehen du brauchst ja emc also theoretisch müsste man den energy diesen diesen viele sofa stone da auch reinpacken können in den kollektor könnte ich mir jedenfalls vorstellen ja ich habe jetzt einen abgeschäckte kohle ja das ist cool davon brauchst du ganz ganz viel und dann kann man ich weiß schon wie es geht ich brauche jetzt gleich doll hast du schon wieder was kaputt gemacht was hat er gemacht was gibt mithril jetzt eigentlich das kenne ich noch gar nicht ach du scheiße das habe ich total vergessen jetzt habe ich redstone blockt du darfst nether lapis nicht in den pulverizer packen ne ne da kriegst du den lapis dust von ic2 und den willst du nicht kann ich denn da rein äh nether sapphire ohr und quatsch du ja das kannst du ich mache jetzt lapis lazuli ohr ja ich guck nochmal eben oben und den müsste man ja dann in meserator tun können 5 zaphire kam raus ja das ist cool ich muss dann wieder keine treppen hochgehen blaze powder hat man so bekommen robin ok also aus blaze powder ach ich sollte auch gleich mal rejoinen das ist ja nervig coole kanone so ist genug ey robin wollen wir eben angeln gehen alter haben wir jetzt viel kobalt robin wollen wir eben angeln gehen das können wir gleich machen ich möchte aber zuvor einmal ja gleich 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 schnauze ich muss jetzt einmal ganz kurz haben wir irgendwo n ich mache das mal mit der paper tough rod dann wähle ich mal eben ein aluminium wo willst du denn angeln? ich mache mir nochmal schnell das ding fertig ja ähm blaze powder ich mache mir nochmal schnell das ding fertig ähm ich brauche jetzt einen namen ich nenne ihn der torgix hammer hier schenke ich dir ich brauche den erstmal nicht mehr top push guck mal guck mal guck mal guck mal cool das war jetzt alles nur aus einer kohle nicht schlecht hey glaub das mache ich dann woanders hin mal gucken was kommt raus lock auf kohl robin 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 kann ich mir ein bisschen kohle nehmen äh ja klar ok dann nehme ich mal so ungefähr aber nicht zu viel weil wir brauchen die echten mega 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 ja geht jetzt nehme ich ein paar coalblocks so jetzt ist die frage wie machte man jetzt hier eine spitzhacke ich glaube das war nicht so schwer äh ok dann mache ich erstmal so einen spitzhackenkopf das hat ob mir zugeworfen und du bist durch gerannt hast es eingesammelt ok also was willst du jetzt ein paar möchtest du äh ein modifier mehr oder möchtest du da rf drauf tun ne ne gar nicht auch klar was denn du möchtest du dass ich das noch mit papier mache du mongo ist ja ekelhaft war das jetzt eine normale rot ich weiß das nicht sagt man he man nein hey heya heya ich bin he man alter toby habe ich jetzt auch ein binding ne komm binding müssen wir haben hier toolbinding pattern ach so quatsch dummer multi ach guck mal cedric der alde cedric so wir haben jetzt eine das und eine das und das jetzt hast du immer noch die wahl möchtest du fünf modifiers oder lieber vier aber dafür kannst du obwohl theoretisch kann man hier auch möchtest du rf drauf machen auf deine cobalt pickaxe auf deine cobalt pickaxe okay okay actually wie möchtest du denn deine spitzhacke nennen spitzhacke einfach nur so der mann kriegt dann gleich zwei modifier weniger was ist wenn ich das hier nehme und stattdessen dann ein papier da hast du vier modifiers vielleicht ist das sogar besser jetzt hast du die gemacht das ist deine ach so du wolltest warum nennst du die multi damit du mit mir die riet abbauen kannst du schlau wieder ok ich brauche schwefelkopper lead redstone 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 schneller machen in so einem collection du kannst besseren bauen den mk2 also schneller brauche ich das ja hadernet tin in war in war haben wir wieder nicht halt da habe ich was gesehen in war die schwefel ach zinn kein schwefel ich habe mich gerade verklickt so ich glaube mal ein von unseren tausend diaz das jetzt habe ich keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr auf dich ich höre jetzt auf mit dem let's play nein alles gut lol wieso sind das wieder so wenig dias los die 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 Bis zum nächsten Mal.